Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind in der vierten Backtracking-Folge. Auf der einen Seite kann ich es nicht mehr sehen, auf der anderen Seite sage ich mir, ey komm, es ist nicht mehr so viel. Wir haben fast 100% geschafft und wollen das einfach mal weitermachen. Ich denke mal, am Ende der Folge werden wir zum Horu-Berg kommen, dem letzten Level in diesem Spiel. Okay, und vorher möchte ich schlicht und einfach noch alles schaffen. Also, mal kurz gucken. Okay, wir sind noch lange nicht oben. So. Das hört sich ja echt fies an. So, das Schönste ist, dass wir jetzt hier mit unserer Supersprung-Fähigkeit echt einfach mal alles wegrucken. So, und, bevor das kurz ist, kann ich euch ja auch mal kurz nochmal zeigen. Ähm, uns fehlt nur noch eine einzige Fähigkeit. Ähm, und, ja, ein Lebens-Dingens, ähm, fehlt uns noch zwei Energie und vier von diesen Lichtgefäßen. Ähm, Lichtgefäße. Hier haben wir noch zwei, drei, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, dann haben wir noch ein Lebens-Ding. Ah, nee, Fähigkeitspunkt. Okay, Geisterlichtgefäß. Okay, allerdings man sieht halt auch, dass, ja, hier sind noch ein paar. Aber hier ist jetzt nicht mehr viel. Und ich bin echt froh drüber, dass, ähm, ich... Upsala. Dass ich immer noch mit von der Partie bin. Und noch nicht aufgegeben hab. Also, ja, es ist hier noch relativ leicht. Relativ? Hm. Ich guck grad, mach mal... Ich mach erstmal den Kartenstein, frag... Äh, äh, diesen Kartenstein. Gut, das hätte besser laufen können. So, 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 so. So, das ist... Ne, müssen wir noch eins weiter nach oben. Oh, Mann. So, da. So. Okay, wie kommen wir denn da hin? Okay. Na, komm schon. Ah, komm. So. Puh, haben wir das auch geschafft? So, und müssen wir mal kurz gucken, was müssen wir denn hier machen? So. So, Kartensteinfragment einlösen. So, aber... Ja, was fehlt denn eigentlich nicht mehr viel? Also, Geilo. Echt Geilo, muss ich mal so sagen. Also, das find ich grad cool. So. So, wir müssen nach links. Upsala. Ähm, weiter nach links. Falsche Tasten gedrückt. So, da kommen wir doch auch durch. So. Geht doch. So, schön. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Lebenszellen fertig. Gut, jetzt müssen wir nach unten und dann nach links. So. So, jetzt geht drauf. Ähm, ja, wie machen wir denn das jetzt? Ähm. Ah, so. Ähm. Oh, nö. Okay, gut. Upsala. Falsche Taste gedrückt. Ey. So, jetzt müssen wir erst das reinlassen. So. Und das Ganze jetzt hier. Achso, Moment. Ähm, so. Speichern und Jump. So. Da haben wir das jetzt auch geschafft. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da nach rechts. Okay. Und jetzt wieder nach links. Richtig. Ähm. Okay, mal gucken. Wo ist jetzt hier die... Die Möglichkeit dafür, dass Ding... Ähm. Hm. Das müsste doch eigentlich hier irgendwo... ...in der Nähe sein, wenn ich mich nicht irre. Gute Frage. Müssen wir da jetzt weiter nach oben oder wieder nach unten? Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Verdammt. So, mal gucken. Oh, ne. Hier ist nichts. Ach, Mensch. Ist hier was? Hm. Also, das würde ich ja jetzt dezent uncool finden, wenn jetzt... ...hier auf den letzten paar Metern... ...hier auf den letzten paar Metern... ...likuchen. So, noch irgendwas... ...fehlen würde, was wir einfach nicht hinkriegen. So, mal kurz gucken. Ist hier noch irgendwas? Ne. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. So. Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß es nicht, Leute. Das. Ah, okay. Vielleicht habe ich es doch gefunden. Und zwar hier. Ja. Also, wäre schon ein bisschen traurig gewesen, wenn ich das jetzt nicht hinbekommen hätte. So. Und Bäm. So haben wir das jetzt auch. Bäm. Nächsten Mal gespeichert. Okay, Fähigkeitszelle. Wir brauchen allerdings... Ich glaube, wir brauchen jetzt immer nur noch drei Stück mittlerweile, oder? Genau, drei Stück brauchen wir noch. Ähm, mal gucken. Da müssen wir uns jetzt mehr oder weniger nach komplett rechts durchkämpfen. Dann nach oben da ist nämlich dann die letzte. Okay, gut. So. Aber hey, was soll's. Das schaffen wir schon. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon. Ups. Och, ne, oder? Äh. So, was haben wir auch geschafft? So, hier haben wir dann kurz abgekürzt. Wir müssen weiter nach rechts. Ah. So. Okay, so. Mal gucken. Wir müssen weiter nach oben. Gerade durch. Dö, 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 dö. Ah, schön. Wir nähern uns dem... Ja, doch irgendwie nähern wir uns schon kräftig den Finale. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. So, mal gucken. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall noch mal kurz zwischenspeichern. So. Denn... Wenn das jetzt... So, Seelenverbindung bereit. Sind wir... Ja, hier sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Upsala. So, jetzt. Oh, nee. Also, ich muss sagen, diese Fähigkeit macht es so viel leichter. So, achso, Moment, Moment, Moment. Wir machen mal... Gehen mal kein Risiko ein. So, ich spiele gespeichert. So. So, mal gucken. Wo müssen wir da jetzt hin? So, und... So, und... So, und... Upsala. so hätten wir das auch geschafft so jetzt können wir hier aber schön nach oben springen jetzt so nächste fähigkeitszelle und bei der gelegenheit können wir jetzt fähigkeitsbaum herr vollständig tut das gut damit können wir jetzt endlich zurück so mal gucken super sprung und darüber und das ganze jetzt hier noch mal so stimmt genau hier hatten wir auch den supersprungglock damals bekommen oder ich glaube schon so da kannst du mir gar nichts da triffst du mich nämlich nicht hehehe so damit hätten wir jetzt trauerpass 100% würde ich sagen läuft wie geschmiert wir müssen jetzt nach da hoch würde ich sagen kürzeste variante ist über den dornen so so damit ist es jetzt vorbei mit dem backtracking ab jetzt geht es nur noch vorwärts und ich hoffe bloß so spiel speichern machen wir noch mal extra ich hoffe nur dass wir jetzt ja da auch normal durchkommen so wo muss ich lang nach links und dann hoch okay so einfach ignorieren hier sind wir jetzt auf dem richtigen ja doch hier sind wir auf dem richtigen weg so moment hier unten hatten wir alles so mal gucken okay so oh gott das wird jetzt lustig so hier kann man speichern so mal gucken dann müssen wir irgendwie da so genau so habe ich mir das auch gedacht so was für was haben wir denn da ist das so ein zwischenboss kommt mir irgendwie bekannt vor so okay so ab nach oben so okay gut das ja okay gut verstanden kommen nach der sport nach genau danke so was ist das da können wir okay da ist wieder so ein feed so okay gut ich glaube da sollten wir noch nicht lang oder sport auch gleich neues okay so gut so schön hier geht es gut weiter jetzt ja mal gucken was so alles auf uns zukommt so 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 und so 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 Wir haben jetzt hier echt einiges übersprungen, aber ich glaube, das hier ist das, was ich denke. Ja, gut, wisst ihr was, hier geht es dann in der nächsten Folge weiter, allerdings, ich denke mal, ich werde, bevor ich da reingehe, werde ich hier noch die letzte Energiekugel mir versuchen zu besorgen und dieses kleine 40, also quasi auf 100%. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar, da würde ich mich tierisch drüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao!